Hör die Fresse! Hör die Fresse! Jo Piessler und herzlich willkommen zu einem neuen Video Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Und zusammen habe ich vorher diesen Monat mit Sport richtig richtig durchzuziehen Auf jeden Fall will ich dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag spätestens wieder trainieren Ich habe hier ein paar Bänder zum warm machen und auch für andere keine Übungen handeln Das reicht eigentlich, sonst mache ich nur mit Eigengewicht Und ich trainiere heute mit Lime Amjad, der ist da Auf dem Handy wir trainieren, nehmen wir zusammen Und ich nehme euch heute ein bisschen mit Auf jeden Fall filme ich halt immer mein Training, was ihr Bock habt Macht einfach mit, macht euch bereit, holt euch eine Mathe oder so Und dann können wir zusammen ein bisschen Sport machen Ich mache von jedem ein bisschen heute was Ich habe jetzt nicht so viel und jetzt komm Ich habe jetzt mal zeitgeist Ich habe jetzt mal hier Was, äh, Dings, äh, zehn, zwölfmal, ne? Ja, ja. Ja, 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 Ja. Ja, 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 ja.